Ich hoffe, die Leute, die das drunter geschrieben haben, dass sie das nicht ernst meinen, dass sie denken, dass ich das ernst meine. Ich hoffe, die meinen das nicht ernst. Ja, meine Freunde. Heute gehen wir der wichtigen Frage auf den Grund. Gibt es die wahre Liebe? Nur die Liebe zählt. Ja, da kann ich dir mal was zu sagen. Sag Sören, was ist mit der wahre Liebe? Die wahre Liebe? Die gibt es. Es gibt kein wahre Liebe. Die gibt es aber. Natürlich. Die gibt es. Das ist eine Hollywood-Erfindung. Guckt euch doch mal die ganzen Stars an. Oder guckt euch doch mal die Männer, die Frauen an, die Superreiche suchen. Die sind doch nicht wegen Geld zusammen. Ihr glaubt doch nicht, dass die wegen Geld zusammen sind. Ich habe jetzt mal einen TikToker gesehen, der war mit einer 80-Jährigen zusammen. Ein paar Tage später ist er mit einem Lamborghini draußen rumgefahren. Das ist Liebe. Das ist wahre Liebe. Er liebt ihn nicht wegen Geld. Was denkt ihr denn, das ist wahre Liebe? Wo die Liebe hinfällt. Und natürlich, dass natürlich die 80-Jährige nebenbei ein bisschen Geld hat. Das ist zweitrangig. Das wurde vorher gar nicht besprochen, ne? In der Villa. Ne, neben Porsche. Das wurde gar nicht in der Villa neben Porsche besprochen. Das ist zwischendurch mal gefallen, wo sie schon zusammen waren, ne? So, ne? Das ist, ne, ne. Alles wahre Liebe, ja. Die wahre Liebe. Wie, was mit der Hulli-Dolli, was? Die ganze Schnurzelfilme, immer. Das ist aber nur ein Beispiel. Dumm, sie, denken sie. Den mir Patrick 20, oder was? Findet Emo. Wer denn für eine Demo? Findet Emo. Echte Liebe gibt es nur in einem Film. Was ist denn überhaupt echte Liebe? Na, wenn du verliebt bist, du Hund. Lass uns doch mal kurz ein bisschen in die Philosophie gehen. Ich will da nicht hin. Lass hierbleiben. Liebe ist der Erste. Ich will nicht aufstehen. Chemische Prozesse im Kopf, ne? Chemie hab ich fünf, check ich nicht. Das wird ein Gehirn, doch. Euphorien ausgeschüttet. Wer? Euphorien. Sörn, Liebe ist ein Gefühl, was du hast. Das ist nur Euphorien, ist das nur. In wen bist du verliebt, Sörn? Ja, in Svenja, ja. So, jetzt denk an deinen Svenja. Okay. Denk, wie aus sie sieht. Ja, gut sieht sie aus. So, und jetzt fühl mal dein Gefühl. Ja. Fühlst du? Ja. Mein Gefühl sagt, keine Ehe. Definitiv keine Ehe, weil das ist ein Bund, äh, ja, fürs Leben, ne? Das hab ich ja schon öfters gesagt. Das ist ein Bund fürs Leben. Das muss man sich, das muss man sich dann nochmal durch den Kopf gehen lassen, ne? Jahrelang. Bis du tot bist. Und glaub mir, die Männer sterben nie umsonst in der Ehe, ne? Die Statistik, die hab ich selber aufgestellt, ne? Die Männer sterben nie umsonst in der Ehe. Dreißig Jahre früher. Ne? Ne? Ganz komischerweise. Vielleicht hatten die Männer auch noch eine Lebensersicherung auf den Namen der Frauen, ne? Oder vielleicht haben die einen Ehevertrag gemacht, die Frau kriegt alle Häuser. Ne, aber darum geht's ja nicht. Ne? Das ist halt... Überlegt euch das, ne? Also, man sagt ja auch immer, rauchen ist tödlich. Rauchen ist ein steigender Prozess. Ne. Die Ehe. Ich frag mich jetzt wieder in den Kommentaren, das hab ich jetzt auf TikTok öfters mitbekommen. Weil voll viele denken immer, ähm... Also, ich mein das hundertprozentig ernst, ne? Hundertprozentig... Also, ich mein alles, was ich hier sage, hundertprozentig ernst. Da gibt's so wirklich Leute, die schreiben dann TikTok so, weil ich hab mal gesagt, die Pest, ne? Ich glaub, das war beim Idioten-Pest, da hab ich gesagt, ja, wir kennen das nie, ne? Äh, die Nagelpilzkrankheit, die, ne? 15 Jahrhundert umher ging, ne? Und da gab's wirklich so Leute, die hier dann drunter... Ich hoffe, er meint das nie ernst. Du, ich meinst das nicht! Das ist mein voller Ernst! Voller Ernst! Ich hoffe, die Leute, die das drunter geschrieben haben, dass sie das nie ern- dass die denken dass ich das ernst meint ich hoffe die meinen das nicht ernst ja jetzt muss ich schon ganz ehrlich sagen leeres portemonnaie sexuell erregt bin sarah mein du verliebst das kein chemie das ein gefühl aber die frage war ja ob das die echte liebe auch gibt glaube ich nicht bist du dir doch sicher sarah war ja du liebst auch deine eltern ja natürlich ist das ja nicht die wahre liebes aber hast du ein haustier ein papalagei den liebst du aber ich hasse ihn aber er kackt mir immer in die fanta ich komm hier nicht weiter mit der du hast die frage er hat die frage nicht verstanden vom niveau her ist sie nicht auf meinen intellekt das sag ich mal so ganz ich hab einen standpunkt ich du akzeptier mein standpunkt nicht wir reden der kerr du mag terenzion das ist ja wohl die wahre liebe oder wer du bist dumm du bist dumm ich hab kein lust einfach keine flaume fragt doch mal keine flaume der bese oder hier bauersucht frau wer macht denn da mit ich weiß gar nicht mehr wie die heißt ist ja egal so fragt doch mal die leute natürlich gibt es die wahre liebe die ist doch überall die die sprüche schon funken ne man muss halt natürlich immer bedenken so wenn man die wahre liebe gefunden hat gut wird man lebt lehrer man altert schneller und sobald man muss nie nur die positiven aspekte sind und auch die negativen aspekte mehr geht ohne haus ja tschüss ach schön naja ich hoffe da draußen dass ihr eure wahre liebe gefunden habt überprüft das noch mal ob das wirklich die wahre liebe ist chemisch im chemieunterricht machte einfach chemisches experiment und ja die wahre liebe gibt es die gibt es aber auch nur auf diesem kanal hier natürlich auf dem kanal von frech torke und noch vielen anderen aber die gibt es gibt und wenn ihr frech torke wirklich liebt lasst ihnen abos da lasst ihnen eure getragene unterhosen da und vor allen dingen lasst ihnen ganz ganz viel liebe da logischerweise wegen der wahren liebe lasst ihnen alles da was ihr da lassen könnt vor allem im watchtime und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video würde mich mega freuen haut rein und tschüss